Hier ist Sehnsucht 202. 202? Nein, Frau Leisen, Irrtum. Hier ist B410205. Es ist ein Film, der schon auch gewissermaßen in einer Linie steht mit vielen anderen, die in dieser Zeit entstanden sind. Es ist eigentlich ein Film, der zeigt, wie weit der deutschsprachige Tonfilm, der frühe deutschsprachige Tonfilm gewesen ist, sowohl was Inhalt, was die Form betrifft. Hallo? Hallo? Ja, bitte hier Abend. Bitte, Fräulein, ich möchte 30206. Der Film zur Krise, weil der entsteht da Anfang der 30er Jahre, wo Europa und die Welt gerade eine große Wirtschaftskrise und eine große Depression durchmachen. Andererseits ist das Kino damals halt wirklich noch so ein Zufluchtsort, der gute Laune, sage ich jetzt mal ganz salopp, verbreiten soll. Das gelingt diesem Film wirklich wunderbar. Das muss ich mir mal genauer anschauen.